Cheers! Mein Name ist Pinex und herzlich willkommen zum nächsten PvP-Video aus Final Fantasy XIV. Ich bin noch unterwegs auf dem Baden und ich habe gestern Abend gestreamt und dabei ist diese coole Comeback-Runde rausgekommen. Ich habe das leider nicht separat aufgenommen, sondern das ist aus dem Stream genommen, deswegen habt ihr ein bisschen Devil May Cry Soundtrack und nicht ganz so hochauflösende Bilder. Aber ich wollte euch diese Runde nicht vorenthalten. Ich wünsche euch viel Spaß. Jetzt sind wir komplettes DD-Team. Aber wenn du sagst, das ist egal, dann sehr gut. Ah, da ist wieder ein Dragoon. Der Dragoon scheint ziemlich strong zu sein, auf jeden Fall. Was für Level bist du denn schon? Kannst du dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Battle Pass. Oh Gott, ey. What the fuck? Ich bin einfach instant tot. Okay. What the fuck, ey. Ich bin einfach von allen gefressen. Oh Gott, das wird glaube ich ein schnelles Spiel. Weiß ich nicht, ich finde die Tanks ja alle zu stark. Du kriegst sie nicht tot. Du kriegst sie nicht tot. Keine Chance. Aber du kriegst sie nicht tot. Ja, tankst in dem jeden Fall gut. Stark Ich glaub Ninjas hab ich noch gar nicht gesehen Ich bin Stufe 8 Möge … W 증s warst du jetzt schon mit einem blöden ragun hier was Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, Burst hat geklappt Eugh Untertitelung des ZDF, 2020 Er, meh Oh my god Was ist denn das für ein Fight, Alter Wir gewinnen das noch, oder was? Wäre ein krankes Comeback, ey Nein, 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 nicht gut, nicht gut Wir haben das genau gewonnen Holy shit Oh my god Oh my god, er hat 22 Assists Holy shit Ja, vielen Dank fürs Zuschauen Lasst mich doch vielleicht einfach wissen Auf was für Klassen Ihr auch vielleicht als nächstes Bock habt Im PvP Dann werde ich mal schauen, ob ich das so umsetzen kann Für euch Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag Bis dahin Ciao 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 Vielen Dank.